Guten Morgen und herzlich willkommen zu der neuen Runde Town of Salem. Wir spielen Coven Ranked Practice und sind Potion Master. Wir haben noch einen Hex Master. Lang keinen Hex Master mehr gehabt. Wir claimen natürlich. Also ist ja ganz logisch. Yogi. Und dann Doctor. Geht hier aber langsam vom Statten, was ich tippe. Nightwarn. Hetzer. Okay. Wir werfen natürlich irgendjemand direkt mal ab. Und zwar... GameStrawler. Stirb. Ja, dann canceln wir das Ganze mal. Okay. Gut. Wunderbar. Der GameStrawler... Äh. Ja doch, der heißt GameStrawler. Ähm. Toll. Jetzt muss ich mir jemand anderen aussuchen. Vermutlich. Ähm. Hörstück. Alles. Nöbs. Außer. Mutti. Atlas ist gestorben. Pizza lebt noch. Haben wir nicht Pizza irgendwo hingeschickt? Hm. We could not determine Atlas role. Das sucked. Ich würde sagen, das war ein guter Start für uns hier. Drei Tote. So muss das sein. Nicht mit diesem komischen... Äh, wir töten in der ersten Nacht nur ein oder drei. Wir müssen so schnell wie möglich, so viele wie möglich töten. Damit wir einfach im Vorteil sind. Poody Snatcher. Ist gestorben. She was killed by the Potion Master. M-m-m-m-m-m-m-master. Married is by Buck. Ähm. Gleich. Oh, oh, okay. Gut, dann habe ich einen Town Invest erwischt. Das ist schon mal eine schöne Sache. Geist, Jailer. SP, GameThrower, Medusa. Pizza claimed they were Jailer. I will find out, I'm medium. I will protect you. So please help. We all love Pizza. Pizza needs protection. So, damit das schon mal geklärt wird. Doomguy. Das Schöne ist, der Großteil der Leute, die hier schreiben, sind einfach wir. Okay. GameThrower wird hier gevotet. Warum? Bandwegen? Wer hat denn angefangen? Flummery. Hm. Da wollen wir uns natürlich noch nicht einmischen. Nur zwei Votes. Das heißt, gar kein Problem. So, wer hat denn medium geclaimed? Jesus Christ claimed medium. Medium. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Wir. Ich werde ihn heal. Pizza. Okay, mal gucken, ob das noch... Ich war, glaub ich, zu spät. Ich war definitiv zu spät. Armfett gehen die nicht so schnell. Set und Scrummy sind rausgefallen. Und dann hab ich halt einfach mal... Oh, es gibt einen Meerwolf. Ähm. Dann hab ich Tinkerbell halt gehealt. Gut. Jolly jailer. Das ist nicht so gut. Das ist der saddeck. Das muss man da einfach mal fragen. Gut, und wir haben natürlich 1, 2, Tinkerbell. Jesus, du claimt Medium. Oh, oh, oh. Tell us Jesus. Praise the Lord. I said it was Tinkerbell. Tinkerbell is safe, trust me. Okay. Genau, wir claim jetzt, dass es safe ist. She is safe. Das wissen wir doch alle. Kriege ich jetzt eigentlich das Necronomicon? Und das ist das Necronomicon. Oh. 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 Oh, oh. 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 Hier. Ich fühle mich, medium ist ein Fake. Ich bin schön ein Veteran gerannt. Toll, ganz großes Kino. Pizza, den Kapellen. Booty Snatcher. Was, wear your house. Das Schöne ist, ich habe den Kapellen protected. Und wie man sagte, sie wäre es. Atlas war Transporter, okay. You can't say anything you just want to die. Okay, Jesus, Jester. Okay, das ist interessant, weil, ich meine, Tinkerbell, äh, Game Thrower ist ja definitiv Medusa. Aber scheinbar, äh... Tinkerbell, Tinkerbell, komm. Oh, Tinkerbell hoch, die habe ich verteidigt, die muss böse sein. Okay, es ist 3 gegen 3. Aber das Problem ist halt... Ah! Der... Game-Snow-Thrower... ...ist hochgevotet. Das kann ja nicht sein, dass die uns so 1A hier wegmachen. Oh, er claimt halt einfach Veteran. Das ist halt dumm. Wir können ja nicht eine Rolle claimen, wo kein anderer sagen kann, hey, counterclaim. Der Veteran steht da noch. No, you're not. Gott, you're not. Okay... Ja. Das ist halt einfach nur dumm gewesen. Warum zur Hölle claimt man... Why claim red? Hm... Oh... Und der ist weg... Nur Alerter, Alerter, nur Alerter... Der war doch nicht... Ohhhh... Warum zur Hölle? Ja, sagen wir mal ehrlich, in Veteranen reinzulaufen. Every other not unique town world. Was one of your stone people town protected? Ah, wo ist Doktor? Ach, das war auch Doktor. Nein, er ist nicht AFK gegangen. Scrub, Macdub, Greenmilk und Tinkerbell sind tot. Die Frage ist, lebt der Werwolf noch? Das werden wir gleich erfahren. Wo ist Brutley? Ein kleiner Werwolf. Oh. Das heißt, wahrscheinlich ist er tot. Pizza, Pizza, Pizza. Pizza, Pizza, Pizza. Das heißt, wir hatten drei Town Protectives. Krass. Warum ist Medium nicht mit uns? Weil Medium ist dumm. Oh, und der Vigilante hat Tinkerbell weggeballert. Verdammt. Verdammt. Tja, da war wirklich Jester. Scrob, Macdub. Oh, es killt. Das dürfte der Werwolf gewesen sein. Jesus Christ. Not suspicious. Pizza, not suspicious. Gut. Werwolf ist tot. Das heißt, wir haben da noch den Jailor stehen. Unseren Hexmaster. Und den Veteran. Das sieht nicht gut aus. G. Jolly Jailor ist der Vigilante. Plummery ist Bett. Pizza ist Jailor. Jesus Christ ist Medium. Und unser Hexmaster ist wirklich öfter. Er klemmt Trapper. Pretty obvious denn, ja. Es musst du sein, G. Jolly Jailor. Gut. Ich glaube, diese Runde ist damit gelaufen. Ich meine, es gibt einen geproften Veteranen. Es gibt einen mehr oder weniger geproften Vigilante. Das heißt, es sind ganz offensichtlich das Medium oder der Trapper. Und das Medium, ja. Well, Jailor. That. Vigilante. Exist. So, it must be Trapper or the Medium claim. And the Medium claim called the Medusa. And the Medium claim called the Medusa. So, I was Afka because I didn't know what to claim. Das ist ein Neural für mich. Ich meine, es war halt boof, dass Scummy direkt gestorben ist. An was ist Scummy eigentlich gestorben? Sag mir bitte, er ist nicht auch in den Wetter reingerannt. Das wäre dann ultra peinlich für mich. Ne, durch den Werwurf, ja gut. Ähm, unlucky. Egal, hoffe ihr hattet Spaß beim Zusehen. Haut rein, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und euch eine schöne Woche. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.